Der Redakteur liest die Würfel irgendwie anders, wahrscheinlich alchemistisch. Er fügt auf jeden Fall die Schafe dazu und erhöht die Zahl der Würfel auf 10. Klar. Die Mathematikstudenten machen ein Würfelspiel. Sie ergänzen die Würfelpunkte. Die Biologin schließlich findet die Würfel in diesem Zustand. Sie findet auch den Schatz und möchte die Welt vor ihm schützen. Sie füllt eigene Zeichen ein und malt Zeichen auf die Stecketiketten. Es gibt aber Zeichen, die nicht auf den Stecketiketten auftauchen und auch nicht in den Spielregeln erwähnt sind. Vor allem. Ich will ja gar nichts vorhalten. Du interessierst mich nicht mehr. Du bist ein Fliegenfurt. Ein was? Ach, erzähl mir doch nicht, dass Melly dich nur eingeladen hat, weil du im Strange diese komische Motorn-Scheiße spielst. Sie wird keinen kennen, der auflegen kann. Bitte? Vor ihrer Verlobung hat diese Nutte jeden zweitklassigen DJ gefügelt, der nach dem dritten Wort gar eine Plattenkarriere versprochen hat. Na und? Dann ist Melly halt eine Nut, aber in wem sagt zu dir? Eine mit Stil. Also, war nett, dich zu sehen. Ja, gleichfalls. Ich denke, man sieht sich? Ja, man sieht sich. Okay, cool. Würdest du meine Telefonnummer haben oder lieber nicht? Ja, das wäre gut. Hast du einen Schnitt? Nein. Tja, also, wenn du mal in der Nähe der Uni bist, ich habe meistens so einen Prüfschluss. Du frågst. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020